Die Critical Incident Methode ist ein qualitatives Erhebungsinstrument der empirischen Forschung. Heutzutage wird die Methode in der Medizin, Lehrerausbildung, Flugausbildung, Organisationsentwicklung und in der interkulturellen Forschung angewendet. Critical Incidents sind dabei interkulturelle Missverständnisse, die als Fallstudien festgehalten und später ausgewertet werden. Sie bieten Einblicke in die Wahrnehmungs-, Deutungs- und Wertungsmuster anderer Kulturen und liefern Beispiele für die Diskussion und das Lernen über multikulturelles Bewusstsein.